Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Hakan. Und zwar werde ich euch heute eine neue Webseite vorstellen. Das geht alles über YouTube. Wenn ihr auch Interesse habt, dann braucht ihr nur über meine Buttons zu klicken und über die anderen Sachen zu erfahren. Ich freue mich, wenn ihr einfach mal weiter macht. Bis gleich, es wird lustig. Ihr seid ja immer noch da. Einfach klicken.